So, was ist los hier? Mir kommt gerade zu Ohren, dass ihr beide da richtig durchzieht, Rizzo und du, also zieht richtig durch und, lieber Papa Platte, dein letztes Workout, kann ich mich noch erinnern, da hat die Form da schon ein bisschen hier nachgelassen während des Workouts, aber natürlich war wieder mal Legende, also achte auf die Form, ich will kein Jammern hören, richtig durchziehen, viel Spaß noch und schau auf die Technik, mein Freund. Obwohl, vielleicht auch nicht, dann können wir nächsten Sonntag mal wieder haben, aber wieder was zu lachen. Na, Spaß, also auf jeden Fall, viel Spaß euch beiden, zieht durch und, ja, volle Motivation. Digga, es würde mich nicht wundern, wenn irgendwann rauskommt, dass Joshua Huber einfach so ein Alien ist. Oh Mann, ey, so ein Edelmann, no joke, ihr liebt den Jungen.